Hallo, hier ist der Guzor wieder. Ja, er ist noch nicht tot. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. So, wir haben genug Truppen. Wir greifen wieder an. Es geht immer noch um die Pokejagd. Ja, da muss halt noch ein bisschen was passieren. Ich gucke auch gleich noch mal rein, wie weit wir mittlerweile vom Platz her sind, weil der Platz ist ja für uns interessant. Und es gibt natürlich dann wieder ein paar Kommentare zu bestimmten Videos, beziehungsweise ja, bestimmte Kommentare zu den Videos. So, hier sehen wir, wir haben hier ein bisschen was. Hat er den Sammler vergessen? Weil die Sammler sehen voller aus als die Minen. Das scheint er, würde ich jetzt mal sagen, gucken wir mal hier, er hatte hier 6, ja, gucken wir mal, 6, 6K drinne. Jetzt gucken wir mal, wie viel hier drinne sind. Jetzt müsste er theoretisch 144 haben. Ja. Krass. Ey, die Sammler sehen leerer aus, äh, die Sammler sehen voller aus als die Minen, finde ich. Dann lohnt es sich ja doch. Gucken wir mal einfach hier, wie gesagt, noch ein bisschen krass. Weil ist jetzt, ich meine, ist jetzt nicht die Masse, klar, oh, hier mega Loot. Ich meine, die, so einen dunklen Bohrer. Ich, 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 ich guck mal gerade, ob ich noch an den dunklen Bohrer rankomme. Der wäre natürlich super sweet. Und hier die, die, äh, Elixierlager sind natürlich auch nicht so schlecht. Mal gucken, wie die Bogies jetzt hier laufen. Wenn die nicht direkt den Magiaturm in eine, in eine, ja, ja, klar, da hätte man jetzt, da hätte man Mauerbrecher gebraucht, logisch. Und dann kommt auch noch die CB. Ähm, passt. Ist in Ordnung. Hab jetzt nicht mehr bekommen. Aber, läuft. So, das war in Ordnung. Passt. So, jetzt gucken wir mal weiter. Coole Folge. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, das ist immer echt, jedes Mal Lootangriffe nach einer Zeit echt langweilig. Ja, ist, ist auch wirklich so. Das, das, das stimmt. Echt. Noch eine Verteidigung? Ähm, mhm, ihr gebt euch das einfach? Ja, äh, ganz ehrlich. Wer greift denn da dann mit Lufttruppen an, wenn wir sehen, wir haben da einen Luftflieger. Oder wir haben die Expos beide auf, äh, Luft und Boden. Ja. Dann ist das ein bisschen klar, dass das in Hose geht. Und ich meine, ganz ehrlich, dann hat er natürlich, ja, das ist, das ist, äh, weiß ich nicht. Das ist, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen doof. Aber, äh, davon, davon lebt der Martin ja in dem Fall, klar. Logisch. So. Sehr geil. Also, wie gesagt, das ist cool, dass, äh, dass das läuft hier. Mirko schreibt, er sieht so wenig YouTuber, obwohl er in Köln wohnt. Ja, Köln ist natürlich YouTube Hochburg und dann hat er geschrieben, also eigentlich habe ich noch nie einen YouTuber gesehen. Richtig geil so, so, äh, das ist schon ziemlich geil. So, dann natürlich wieder hier, äh, schön gesplashte Dinger hier. Ja, hier, wie gesagt, von Inscope22 kam halt, alter, wie wenig verdienst du, hahaha. Ich bin 16 und verdiene im Ferienjob 23 Euro die Stunde. Ja. Genau, läuft auf jeden Fall. Das glaube ich dir einfach mal nicht. So. Gucken wir mal, sind wir hier durch? Nein, wir sind noch nicht durch, dann hauen wir hier nochmal ordentlich Bogis raus. Wann kommt heute Abend der Stream, wie gesagt, dann in, im Normalfall, denke ich mal, wirklich immer 21 Uhr. Mal gucken, ob sich da noch was ändert, mal schauen. Wir werden sehen. Fürs Streamen selber, von anderen Spielen werde ich mir dann irgendwann auch eine Elgato Game Capture holen, weil da führt dann kein Weg mehr dran vorbei. Ich habe es ja, wie gesagt, mit Call of Champions probiert. Und da ist über den R-Server halt, das ist auch ein Programm zum Bildschirm, ja, switchen, nee, switchen nicht, sondern zum Darstellen auf dem Rechner ist mir dann das iPad abgeschmiert und dann hast du auch keinen Spaß dran. Immer gucken, Antwort oder eine Mail und dann wieder weiterklicken. Oh, nice. Aber hier wird doch garantiert auch wieder was sitzen. Oh nee, ey, cool. Aber hier haben wir eben auch wieder 300.000. Kommen wir hier seitlich irgendwie rein? Ich denke doch mal, oder? Das müsste doch irgendwie machbar sein, hier seitlich reinzugehen. Ist natürlich auch wieder tricky, weil ich natürlich die CB noch nicht abgewartet habe. Aber ich denke mal, hier schön in dem Bereich, wo halt wirklich Flächenschaden ist, schön den King gedroppt. Der nimmt die ganze Dev auf sich. Es war klar, CB Action hoch 10. Da muss ich jetzt halt echt gucken, ob wir die halt nochmal, die Magier halt noch irgendwie wegbekommen. Ob das klappt hier? Zack, den King nochmal ragen, extra. Genau, ja, super. Und wenn wir jetzt nämlich hier zumindest dieses Goldlager, weil, guckt mal, es sind 300.000, aber verteilt auf drei Goldlager. Und somit ist es natürlich schon ein ganz anderer Multiplikator. Wenn ich halt ein Lager platt mache, habe ich dann nicht nur, was weiß ich, 75.000, sondern dann gleich 100.000. Und das ist natürlich schon ziemlich nice. Und jetzt eventuell sogar noch die 50%. Ah, das wird nichts mehr. Da geht der King down. Jaja, das brauche ich nicht probieren. An der CB würde er sich dann eh die Zähne ausbeißen. Das brauchen wir nicht probieren. Das schaffe ich nicht. So, jetzt wollen wir mal sehen, was Pokimäßig noch los ist. Wie weit wir mittlerweile hochgekommen sind. Also, ich habe, glaube ich, ich gucke gleich mal in der Clan-Statistik selber. Und Loot-mäßig ging es auch nach oben, auf jeden Fall. Mit 3,6 Millionen kann ich schon richtig was zimmern. Braun brauchen wir? Ja klar, logisch. Wir haben noch nicht mal hier ein Gift-Spell. Klar, hier hätte ich mich schön sonst droppen können auf die Magier. Gucken wir gleich nochmal. Aber erstmal schauen wir. Ich war ja auf 40. Naja, immerhin einen höher. Aber diese Jax, du wirst jetzt rausgekickt. Weil du machst nichts. Hau ab, du Sack. So. Jetzt will ich aber gucken. Kleinen Moment. 26.180. Dann. Zack. Okay. Krass. Hätte ich nicht... Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt dadurch so viel... Äh, sogar noch verlieren. Aber egal. Jetzt gucken wir rein. Alles check. Alles klar. Genau. Alles klar. So. Zack. Jetzt gucken wir. Ja, ich wurde befördert. Bla bla bla. 11.000. Uhu. So. Ne, bloß wie gesagt, das war halt wirklich, äh... Echt alle Kristall sind. 303. Ey, Leute. Was ist? Was ist? Pokis pushen. Barge. Kriegen wir hin. Barge auf jeden Fall. Zack. 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 Weil, wie gesagt, das, äh, die 200er-Grenze, das muss ohne Probleme. Zack. Gleich. So. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz in den K. Und gucken wir nochmal kurz rein. Bin schon, äh, was weiß ich, äh, ich glaube, Ü100 hoch. Also, Ü100 auf jeden Fall bin ich. So, jetzt gucken wir nochmal kurz rein. Ähm. Guck mal. Das ist schon echt eine Nummer. Das ist schon wirklich eine geile Nummer. Und das sind die einfach nur so Meister, sondern halt wirklich auch Meister 1. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und dann halt wirklich Kristall gut dabei. Und dann, wie gesagt, hier jetzt noch die letzten. Hier, Hondo. Ein bisschen, komm. Ein bisschen Gas. Das wäre schon echt cool. Ähm. Weil auf Hondo ist grundsätzlich eben extremer Verlass. Ganz klare Geschichte. Aber in dem Fall spielt er mir natürlich nicht in die Karten. Sehr gut. Hier auch wieder schön die Deko zu sehen. Also, keine Teslas zu befürchten. Und den lassen wir auch in Ruhe hier. Da halte ich mit meinen Nur-Bogies nicht wirklich viel zu lachen. Ja. Dazu kommen wir später. Wie lange mein Stream dauert? Ja, wie gesagt, zwei Stunden wird es wieder gehen. So. Er freut sich richtig. Ich auch erstmal. Auf jeden Fall. Ganz klare Geschichte. Weil wenn ich mich nicht freuen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Das ist halt so eine Sache. Ja. Sehe ich das falsch? Oder sehe ich das... Ah, hier. 128. Dann sehen wir es, dass nicht wirklich was drin ist. Schade. Sonst hätte ich gesagt, gut, okay, komm, lass mal hier das Dunkle noch rauskitzeln. So. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen durcheinander, sage ich jetzt mal. Mit dem, dass ich mal kurz nach da gucke, kurz nach da gucke. Jetzt sind aber die ganzen Fragen schon mal abgearbeitet. So, hier werden wir doch garantiert wieder irgendwie was kriegen. Oh, na, das ist ja... Das ist Pille-Palle, klar. So, vorsichtig gucken. Also, dass wir wirklich alle Bomben erwischt haben. Und dann hier kurz mal ein bisschen Gas geben. Und dann ist das in Ordnung. Klar, deswegen. Wenn ich irgendwie auf Poke-Jagd bin, auf keinen Fall hier so eine Sachen machen wie, oh, naja, komm, ich habe gerade noch fünf Bogies, gehe ich mal los. Das Ding geht megamäßig in die Fresse. Auf jeden Fall. Und deswegen auf keinen Fall sowas machen. Immer wirklich genug Truppen beihaben. Weil das ist definitiv immer der Tod bei jeder Troll-Base. Ganz klar. Dann denkst du dir, ach, na komm, der wird es bestimmt nicht so gemeint haben. Und dann hat er es aber so gemeint. Und will dir richtig eine reinsemmeln. Hier, den nehmen wir auch mit. Loot tut jedem gut. Und mir natürlich auch. Schönes Ding. Alles klar. Aber die sagen das immer noch ein bisschen anders. Alles klar. Ja, hier, 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 hier. Ja, genau. Nehmt euch das. Und dann sind wir auch schon bei den 50% angelangt. Einwandfrei. Ich glaube auch, ich sage das Wort einwandfrei ziemlich oft, oder? Das zeichnet mich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen aus. Jetzt gucken wir gleich nochmal. Ein Heiler nochmal. Ja, okay. Heiler ist jetzt im Bereich mit den Bogies nicht der Knüller. Aber wenn ich eine Low Base habe, dann geht es auch. Also beziehungsweise wenn ich eine Low Base angreife, dann geht das auch. Aber wie gesagt, für ein bisschen Pokis pushen brauche ich es ja nicht unbedingt. So, zack, zack, haben wir das. Wie lange boosten wir jetzt schon? Etwas über eine Stunde. Passt auf jeden Fall. Nochmal kurz reinschauen. Beste Clans Germany. Gucken wir. Gucken wir, gucken wir, gucken wir. 301 haben wir geschafft. Und dann soll es das erstmal auch wieder gewesen sein. Ihr seht den Rest oder wie auch immer dann wieder später beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.